Frank, die muss in der Mitte sein, das wird sonst nichts. Die muss in der Mitte stehen. Dann zieht die immer darüber und dann ist sie wieder mit dem Kopf weg. Also neben der Besitzerin, meine ich. Vera, sitz. Der Hund muss in der Mitte von dir und der Besitzerin sein. Weil er zieht sie immer darüber, dann ist sie mit dem Kopf weg. Lass sie doch daneben sitzen. Die können ruhig da ran, das ist gar nicht egal. Genau. Frank, ich dann. Ja. Das ist der Eis auch. Wir haben das. Sit. Also ich komme jetzt hier dann. Ja. 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 �えば der, das ist sehr hekt. Nach wohl. Und dann fixieren. Geht ihr mich wieder an. Paul, Paul. Ganz gut. Okay. Und dann warten. Weglassen. Kommt sie wieder. Weg. Bedrohen. Stehenbleiben. Keine Worte. Du sagst nur einmal GONG und AB. Keine Worte. Ernst. Ganz ruhig runterkommen lassen. Und dann eben so. Dann wollen wir heißen. Nichts machen. Jetzt würde ich mal rausgehen. Den Kopf verlassen. Oder gehen einfach mal nett. Ein bisschen runter. Mal laufen lassen. Das kannst du auch jetzt losmachen. Das ist super.